hallo und herzlich willkommen zum zweiten teil meiner bauanleitung serie für einen quadcopter einen fpv quadcopter first person view heute in der zweiten folge will ich euch die einzelnen bauteile vorstellen die ich für diesen bild für dieses für diesen bauvorgang benutzen werde und da wollen wir auch gar nicht lange drum herum reden und fangen mal an ich habe diesen frame gekauft das ist der tbs source one v3 den gibt es im moment für 30 euro und damit will ich eigentlich sehr zufrieden fliege ich auch selber sind die einzelnen bauteile die gucken wir uns dann aber genauer an wenn es soweit ist so den lege ich mal hier oben hin dass man ja auch schön sehen kann dann habe ich passend zum frame habe ich mir ein paar teile gedruckt das ist ganz cool die gibt es auf thingy wars da kann ich auch gerne den link unten in die beschreibung packen das ist einmal hier dieser halter für die antenne und für die beiden also für die video antenne und für die antenne für das funksignal für den receiver und dann ganz wichtig das sind für die arme so schöne bumper vier stück die werden nachher hier kann man vielleicht schon erahnen wie unten drunter gemacht und dann hat der quad so ein bisschen spiel beim aufsetzen und vor allen dingen der freund für den ich das teil baue der ist ja auch noch ganz neu und auch unabhängig davon ist das gar nicht verkehrt die arme von außen gegen einschläge zu schützen da haben wir hier insgesamt vier stück und ich muss mal gucken ob ich gegebenenfalls noch ein teil dazu drucken muss vielleicht ein kamera halter oder so aber ich will erstmal ausprobieren ob der mitgelieferte kamera halter die kamera hält womit wir die kamera nicht als nächstes kommt das herz des quadcopters und das ist hier in dem fall ein mamba 4 in 1 flight controller und dsc stack das heißt die motor steuerung oder das motor schielt es hier unten und oben drüber ist dass der flight controller und da wird sich die meiste frickelige arbeit nachher dran abspielen hier sieht man auch schon schön diese gummiringe und bumper und alles mögliche was dabei ist schrauben und noch mehr silikon spacer da schauen wir mal das werden wir alles schön benutzen und da einbauen also der flight controller ganz wichtiges element dann was kommt als nächstes machen wir mal weiter mit der kamera das ist tatsächlich die erste kamera die ich mir damals für meinen ersten quad gekauft habe ich bin jetzt aber vor einiger zeit auf digital umgestiegen das heißt ich habe die ganzen teile aus den analog bauten noch über und das ist die run cam swift 2 mit der war ich immer sehr zufrieden da ist mir nur einmal bei einem frontal aufprall die linse kaputt gegangen die kann man dann für ich glaube zehn euro hat das gekostet einfach nachkaufen ganz super die kamera wird eingebaut dann braucht man natürlich um das funksignal von der kamera in den in die brille zu kriegen braucht man eine vtx ein videosender und hier habe ich den ak x2 ultimate ich glaube den habe ich damals gekauft weil der den ich wollte ausverkauft war oder nicht mehr hergestellt wurde und der war einfach günstig ich glaube der zehn oder 15 euro gekostet und der kann hat hier einen knopf um die frequenz und die sende leistung einzustellen ich weiß gar nicht was die maximale sende leistung ist aber ist auch irrelevant hauptsache der kann 25 milliwatt weil das ist das einzige was hier bei uns in deutschland zulässig ist ja mit dem hatte ich nie probleme bis auf einmal da ist mir hier diese die antenne die dabei war die ist mir bei einem crash irgendwie abgerissen oder irgendwas und dann habe ich hier dieses etwas stabilere teil nachgekauft und seitdem funktionierte auch alles wieder gut ja die vtx funktioniert nicht und sollte man auch nie anschalten ohne antenne da habe ich hier die fox hier lollipop 3 die hatte ich auch immer an meinem analogen quad und bin damit auch sehr gut gefahren dies schön robust klein leicht die wird dann nachher hier also wenn das alles zusammengebaut ist wird die hier drauf geschraubt dann wird das in den quad installiert das ding wird hier durchgeschoben festgeschraubt so sieht das aus genau dann damit wir mit der elektronik gleich abschließen können ist hier der receiver auch da habe ich einfach den genommen den ich noch aus meiner analogen zeit über hatte das ist der xm plus von oder für fr sky das heißt der ist für fr sky fähige fernbedienung und mein freund hatte sich damals dieses starter paket gekauft von beta fpv und die funke die kann halt fr sky genau ich bin da auch von weg deshalb habe ich die habe ich die über ich fliege jetzt seit einiger zeit crossfire da ist das alles ein bisschen einfacher also wenn ich noch mal neu starten würde dann würde ich diese würde ich das alles überspringen die das ganze lehrgeld was ich da bezahlt habe denn diese fr sky dinger wenn man die in china bestellt die kosten auch irgendwas zwischen 10 und 15 euro kommen immer mit der internationalen firmware aber das ist ja natürlich hier bei uns auch nicht erlaubt und dann habe ich auf meiner funke die die eu firmware das heißt man muss dann immer dieses teil an die funke anschließen und da die aktuelle firma drauf flaschen das heißt ich musste hier immer kabel dran löten nicht diese sondern andere kabel die kabel dann unten in meine funke hinten reinstecken dann den das update machen die kabel wieder ab löten das teil wieder in den quadcopter löten und keine ahnung hat mir nicht gefallen deshalb habe ich das ding über und baue das in den quad für meinen freund der wird sich freuen so dann ist gar nicht mehr so viel über motoren ich hatte eigentlich auf banggood welche bestellt für von emacs eco version 2 glaube ich ja die v2 waren das die sind aber bis heute nicht abgeschickt worden die werde ich noch stornieren müssen und stattdessen habe ich hier dieses super angebot von newbie drone in angenommen und zwar sind das acht motoren für 100 dollar ich habe dann noch ein paar andere sachen da bestellt damit sich das auch lohnt und der zoll hat sich dann am ende auch sehr gefreut kann ich nur von abraten genau da sind acht wunderschöne motoren drin und weil wir einen 4s bild machen sind das ich weiß gar nicht wie viel umdrehungen die machen ich glaube 2450 ja steht auch drauf 2450 die sind auf jeden fall wunderschön habe ich direkt gesehen kann hier ein bisschen noch ins licht halten dass die glänzen die sind sehr schön machen robusten eindruck und das werden im internet gut beworben also irgendeinen grund wird es haben dass die so günstig sind aber den werde ich dann schon noch rausfinden da habe ich jetzt acht stück von das heißt wenn mal einer kaputt geht oder zwei oder drei oder vier dann ist immer noch einer über da habe ich gespannt ob die das halten was das internet verspricht ja und das wäre doch fast schon alles wenn da nicht ein bauteil fehlen würde propeller habe ich gerade geguckt das waren auch die hatte ich bei damals auch einfach blind gekauft das sind dalprop kannte ich auch gar nicht die firma die einfach gekauft 50 40 das heißt die sind fünf zoll lang und haben einen neigungswinkel von 40 grad oder irgendwie sowas eigentlich bietet sich für freestyle auch ein bisschen flacherer winkel an aber ich denke die also oder was heißt ich denke ich weiß dass die sich auch super fliegen lassen weil die bin ich eine ganze zeit geflogen jetzt hatte ich da noch ein set drauf und die sind noch voll in ordnung und ich habe noch zwei drei tütchen davon die gebe ich dem freund dann auch noch mit jo das ist alles ich könnte noch mal ein lipo ins bild halten so das sind nämlich genau die entschuldigt da musste ich kurz aufstehen das sind genau die die ich eigentlich ausschließlich benutze das sind die tattoo funfly 1300 die kosten immer irgendwas zwischen 20 und 24 euro und die haben mich noch nicht im stich gelassen die haben ja auch so ein bisschen verstärkte aluminium platte oder irgendwie sowas noch drin dass da nicht direkt jeder rempler den die die zellen beschädigt das ist 4s also vier zellen damit fliegt man irgendwas zwischen fünf und acht minuten je nach flugstil die machen spaß und sind halt preis leistungs mäßig meine favoriten bis jetzt wer weiß ob ich noch was noch was anderes finde ja das sind die komponenten aus denen ich diesen quadcopter zusammenbauen werde diesen analogen quad und ich hoffe ich konnte euch damit einen überblick verschaffen was alles da rein gehört falls ihr zu irgendwelchen bauteilen fragen habt dann schreibt das unten in die kommentare ich werde auf jeden fall bei dem bau video immer noch mal ein bisschen intensiver darauf eingehen welche funktionen die teile haben hoffe ich zumindest und welche welche optionen man zur einstellung hat und da würde ich mich freuen wenn ihr da wieder einschaltet und zuguckt in den nächsten tagen wird das nächste video geben lasst einen daumen nach oben da abonniert meinen kanal schreibt einen kommentar das war's bis zum nächsten mal euer fpw hans